Oh moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, also was steht heute an? Ich fahre jetzt zum Kumpel und hole eine neue Batterie ab. Ja, mal gucken was so auf dem Weg passiert, weil eigentlich passiert ja immer was. Ja, also erstmal den Motor schon warm fahren, weil wenn man den sofort kalt hochjagt, das ist ja nicht gut für den Motor, das weiß ich ja eigentlich normalerweise jedes kleines Kind, aber ich wollte es ja mal erwähnen. Ja, wie ihr sehen könnt, es leuchtet nur ein Licht, aber es muss ja auch so. Oh, kennt ihr diese Leute, die immer meinen so, ey, das Licht ist kaputt? Boah ey, jetzt. Dann hoffentlich wäre es mit der neuen Batterie auch besser, weil jetzt ist das quasi so, ich will den Roller starten, da macht es immer so, guff, 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 guff und dann ja, geht es nicht, also ich muss immer mit Kickstarter starten, aber das ist ja auch nicht gut. So, rechts, links. So, rechts, links. So, Oh, will er, wo wir ein Duell machen? Ah, Fahrradfahrer gegen Mofa bzw. Roller. Ja, der wird zwar gut. So, dann bin ich auch gleich schon da beim Kumpel. Dann hoffe ich mal, hat das nicht verpennt, weil könnte sogar gut sein. So, dann bin ich auch gleich schon da beim Kumpel. Ja, dann wären wir jetzt noch da. Ja, da ist das gute Ding. Ich hoffe auch, dass das passt. Ah, jetzt geht zu, du scheiß Ding. Alter, das ist genau der Grund, warum ich eine neue Batterie haben will. Also, ich hätte ja eigentlich vor, heute noch nach Hause zu kommen. Alter, das Ding muss ja irgendwann mal anspringen, ey. Was ist denn los jetzt? Ah, endlich. Ja, und dann geht es auch so langsam wieder Richtung nach Hause, weil ich habe jetzt die Batterie abgeholt und ja, dann hoffe ich auch mal, dass sie passt. Oh naja, jetzt fängt es auch noch an, so ganz leicht zu dieseln. Vor allem, wie es ganz sanft wird, das ist richtig scheiße im Gesicht. Oh, es ist grün. Schaffen wir das noch? Oh naja, ich glaube nicht. Boah, es ist sogar ein Schmuddelwetter, ne? Also, es macht wohl Spaß, Roller zu fahren, aber es hat mir schon mal mehr Spaß gemacht, ey. Boah, hoffentlich ist es auch kein Wasser auf der Lese drauf, weil das wäre richtig ärgerlich, wenn dann die Aufnahmen ruiniert werden. Dann beende ich das Video auch an dieser Stelle, weil ich weiß nämlich nicht, wie voll meine Kamera noch ist und das wäre dann ja ärgerlich, wenn die so ganz plötzlich ausgeht. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.